Als wir diese Bilder bekamen, sahen wir unser Zuhause plötzlich in einem viel größeren Zusammenhang. Es war mehr als nur ein Haus, ein Dorf oder ein Land. Plötzlich sahen wir dieses Zuhause in einem viel weiteren Kontext. Ich schwebte in einem hohen Bogen über die Oberseite der Raumstation. Dabei sah ich hinunter auf die Station und dahinter das unbeschreibliche Bild der Erde, 400 Kilometer von mir entfernt. Der Anblick raubte mir den Atem. Wir begeben uns auf ein Terrain, das wir als Spezies und als Planet noch nicht kennen. Die Wissenschaft hat endlich das bewiesen, was Anthropologen schon immer vermutet haben und Philosophen schon immer gehofft haben. Nämlich, dass wir alle wirklich Brüder und Schwestern sind. Wie unsere Welt aussieht, wird davon abhängen, wie wir uns in den nächsten Jahren verhalten. Alles ist offen. Als ich dort oben war, ist mir etwas Wundervolles passiert. Ich hatte plötzlich das Gefühl, ein Teil des ganzen Universums zu sein. Wir wurden mit diesem unglaublich prachtvollen Planeten geschenkt. Es braucht ein ganzes Leben, um dieses Geschenk zu begreifen. Und selbst dann bleibt es ein Mysterium. Eben Untertitelung des ZDF, 2020